Hi, ich bin Ako Marien und fühle dir den Kiddy Contest mega cool. Kiddy Contest 2017, das ist dein Ding. Bewerb dich jetzt beim Kiddy Contest 2017. Mach mit und zeig, was du drauf hast. Und erlebe am 21. Oktober deinen großen Bühnenmoment beim Finale in der Wiener Stadthalle. Und das ist deine große Chance. Kiddy Contest 2017. Mehr Infos zu deiner Bewerbung auf puls4.com. Kiddy Contest, natürlich auf Puls4. Kiddy Contest, natürlich auf Puls4.